Da hinten ist was. Ja, Niederkeil. Hotel Lamberti haben sie hier. Der Bus, der fährt es ja ganz schön braun. Ja, sonst hätte man nach links rein fahren müssen. Niederkeil auf jeden Fall. So hübsch da aus. Da ist es noch einmal. Und tschüss. Gibt es noch einmal. Außenbeziehen. So, das war's denn. Bundestraße 50 übrigens hier. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.